Tausend junge Südtiroler verlassen jährlich unser Land. Die Gründe sind vielfältig, Arbeitsplätze, die es bei uns nicht gibt, die Liebe, die Welt kennenlernen, aber auch die überhöhten Lebenshaltungskosten und die geringen Löhne in Südtirol. Nicht zuletzt aber auch das System Südtirol. Leider zählt bei uns noch zu oft, wer hat die besseren Beziehungen zu einer gewissen Partei. Ändern wir das endlich, damit wieder auch in Südtirol zählt, was kann ich und nicht, wen kenne ich. Dann werden unsere gut ausgebildeten jungen Leute auch wieder zurückkommen. Südtirol kann's besser.